Emotionale Bilder aus Indien. Hier wird ein Elefantenbaby wieder seiner Herde zugeführt. Eine Drohne filmt den Moment, der ans Herz geht. Forstbeamte entdecken auf einer Teeplantage das kleine Elefantenkalb, das sich in einem Abfluss verfangen hat. Das etwa zwei bis drei Monate alte Kalb wird von seiner Herde zurückgelassen. Die Menschen retten das Tier mit Seilen, bringen es in Sicherheit. Dann beginnt die Familienzusammenführung. Mithilfe der Drohne- und Fußspurenortung wird die Herde aufgespürt. Der Weg ist lang. Doch am Ende wird das Tier in Freiheit entlassen und von den anderen Elefanten wieder aufgenommen.